Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Videoreihe Revit Grundschulung 2015. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein neues Projekt erstellen. Wenn Sie Revit starten, finden Sie folgendes Fenster vor. Hier können Sie neue Projekte erstellen, alte Projekte öffnen und sehen eine Vorschau Ihrer zuletzt geöffneten Projekte. Darunter finden Sie die Familien. Auch hier können Sie Familien öffnen, neue Familien bzw. Entwurfskörper erstellen. Auch hier sehen Sie diverse Vorschaubilder Ihrer alten, zuletzt geöffneten Projekte. Auf der rechten Seite finden Sie diverse Hilfsfunktionen sowie kleine Videos zu Revit. Auch das Revit-Icon oben links in Ihrem Bildschirm bietet Ihnen diverse Funktionen an, um alte Dateien, Familien bzw. Projekte zu öffnen oder zu speichern. Klicken Sie hierfür auf das große R oben links in Ihrem Bildschirm. Hier finden Sie eine Liste der zuletzt geöffneten Projekte bzw. Familien vor. Halten Sie Ihre Maus auf Neu, können Sie hier ein neues Projekt, eine Familie, einen Entwurfskörper, einen Plankopf bzw. Beschriftungssymbole erstellen. Halten Sie Ihre Maus auf Öffnen, können Sie hier alte Projekte, Familien, Revit-Dateien, Gebäudeteile öffnen bzw. IFCs zur Weiterbearbeitung importieren. Über das Exportieren-Icon können Sie hier Ihr Projekt in diverse CAD-Formate exportieren, beispielsweise DWGs, DXF, DGNs oder ACES-Dateien. Auch können Sie Bilder und Animationen hier exportieren. Auch eine Zusammenarbeit mit 3ds Max für beispielsweise Renderings ist möglich, über das Suits Arbeitsabläufe-Icon. Möchten Sie nun ein neues Projekt erstellen, können Sie entweder direkt eines dieser vorgefertigten Templates auf der Startseite auswählen bzw. über Neu und durch Suchen ein eigenes Projekt auswählen. Sie können aber auch hier das Dropdown-Menü benutzen, um beispielsweise die Architekturvorlage auszuwählen. Nun legen Sie noch fest, ob Sie ein neues Projekt starten wollen bzw. eine Projektvorlage und klicken anschließend auf OK. Nun startet sich automatisch euer neues Projekt. Die nächsten Schritte wären dann Einrichten des Projektes, Projektstandards übertragen usw., was Thema unseres nächsten Videos sein wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt uns, liked uns und abonniert uns. Es werden noch viele interessante Videos folgen. Es wird sich lohnen. Bis zum nächsten Mal, euer Vormittagsteam.